Popmusik ist der rote Teppich, auf dem wir alle reiten. Das, was wir hier machen, ist natürlich erstmal ein großes Abenteuer, weil wir lassen Dinge kollidieren mit sehr, sehr wenig Zeit. Wir haben uns hier eine Woche zurückgezogen, um überhaupt mal zu schauen, was da passiert. Wir haben ein Testkonzert in Köln gespielt, das war schon sehr reibungsintensiv, im positivsten aller Sinne. Und jetzt haben wir uns eine Woche hier in die absolute Ruhe begeben, ins schöne Bobswede und die legendäre Musical. Und haben die wenigen Tage genutzt, um eigentlich nicht zu proben, sondern nur die Punkte zu suchen, wo wir uns aufeinander loslassen. Es ist hart. Der Kalbinismus, das ist der Kalbinismus. Und der Kalbinismus ist schon an der Erdermärmung. So sieht's aus, so sieht's aus. Tanzbrunn, Köln, 16. Achter. Beide Beine nach oben. Wir sind hier in Bobswede, machen Sportprogramm, proben, proben, proben und trinken Wein. Wir sind hier in Bobs Das war es loh. Wir sind hier in Bobswede, macheniestes parent gut. Wir sind hier in Bobswede. TE、 und sprechen 아직. Wir ist jetzt aus, so 식으로 hier in Bobswede. Oh, 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 oh.